Das ist keine Falle, das ist XP-Boost. So, und damit hätten wir auch Level 40 erreicht. Was ist das denn? Alpha der Weißpelze. Ich sehe ja nicht das Grau. Ja, hat den jetzt Grau oder Weiß? Na aus mir! Wir müssen unser Glück kaum fassen. In dieser Kiste ist bestimmt was Gutes drin. Dann lasst uns mal reinschauen. Vorsicht! Was ist das? 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 Das war ein würdiger Gegner! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr genau wiedergeben aber, ne? Aber da sehe ich jetzt gerade die Kreuzritter in dem Zusammenhang mit. Die machen einfach nur das, was sie sich selbst auferlegen und nicht das was sie wollen. Die haben im Prinzip kein eigenes Willen mehr. Wer sind die wahren Zombies? Was ist das? Was ist das? Das frage ich mich. Ich mach ja nur noch Auftrag. Ich mach ja nur noch Auftrag. Da kommen die ja alle hin, die Sachen, sag mal. Hallo? Wo? Wo? Oh was haben wir denn hier? Was sieht das so ein Malchen entplant? Die Musik gerade. Wohin dieser Gang wohl führt? Nirgendschwung? Der heilige Pfad. Ah, ja. Das sind wohl die gefallenen Kreuzritter. Der heilige Pfad, das würde für mich Sinn machen. Alles klar. Nein, nein, nein. Ach, hör auf. Tür auf. Ich habe keinen Bock anzuklopfen. Tempel der Erstgeborenen. Ah ja, hier sind wir. Hier haben wir auch noch was zu tun. Allerdings. Das ist halt mein Inventar-Lehrträum. Ich gebe zu, ich kannte das bereits schon. Aber andererseits, ich hatte das schon länger nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weil als das Nekromantenpack da rauskam, war es auch schon ein bisschen her. Ja. Geh zu, Arschl. War doch einmal mal vonnöten. Das ist aber nicht zu entfernen. Äh, den Edelstein zu entfernen. So, boah. Komm, ich bring den mal auf Stufe 10. Dann hätten wir das schon mal. Was mit dir? Ja, für die brauche ich doch meiste Geld, alles klar. Äh, nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Nein, hier hin. Alles klar, der heilige Weg war tatsächlich hier so ein offizieller Vater, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. War, wie gesagt, viel zu lange her, als ich das mal so gespielt hatte, das mal zu verfolgen. Die Vorfahren sind wir heute. Tschö mal, verdammt mich ja wieder, das sieht ja wirklich grässlich aus. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ich habe gerade noch was. Nee, ich habe mich gerade nur eingebildet. Ich dachte, ich hätte gerade wieder ein legendäres. Aber nein. Aber nicht. Untersuch den Altar. Ja, was haben wir denn da? Die Statue sieht gut aus. Axaba. Ich habe gewonnen. Und nun, das hier. Wow. Zack, zack, zack. Welche Gerechtigkeit? Es gibt nur Macht. Aber bitte nicht dorthin. Was? Keine Ahnung. Was wollte ich jetzt sagen? Ich würde jetzt auch gesessen sparen. Ja, glaube ich auch. Hast ja recht, mein Lieber. Auch wenn unsere Gegner stark sind. Ich ergebe mich nicht. Ja. Hände los. Jawohl, der ist direkt auf. Der ist direkt auf mich verweckt. Was ist der Vorteil? Und ich habe jetzt wieder den Eindruck, dass ich wieder ein Update brauche. Das Ausrüstung betrifft. Waffen. Ich mache nicht mehr den nötigen Schaden hier. Ich mache nicht mehr. Ich mache nicht mehr. Ihr habt gegen mich keine Chance. Yeah. Alter. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn da unten? Warte, ich sehe was da unten. Was wertvolles. Zack. Nehmen wir her damit. Die Welt hat sich verändert. Zuerst wurden Belial's Pläne in Chaldeum durchkreuzt und später auch Asmodans im Ariadkrater. Ihr Tod erschütterte die sieben Höllen. Doch sie waren lediglich die Vorboten von Diablos Rückkehr als oberstes Übel. Obwohl er eine unvergleichliche Macht besaß, wurde er besiegt. Den Engel des Todes ereilte dasselbe Schicksal. Wer könnte das getan haben? Niemand. Gesundheit, Wattler, befaselt es. Gesundheit, Wattler, befaselt es. Halt's mal. Halt's mal. Kein Fehler für Leben hat er gestern fast nachverstanden. Aber. Ich glaube, ich gehe vielleicht nochmal zurück in den mysteriösen Tagebüchern. Da will ich jetzt nochmal was abchecken. Da ist mir jetzt noch. Ach guck mal. Kommt mir ein bisschen entgegen. Franziska. Klopf, klopf, klopf. Da seid ihr. Erzählt mir bloß nicht, dass ihr nie den Verdacht hattet, dass ich mehr bin, als ich vorzugeben schien. Es war der einzige Weg, euch näher kennenzulernen. Und nun werden wir unsere Bekanntschaft noch vertiefen. Na, ganz toll. Fiedi an. Wo ist er denn? Achta. Kommt mir so ein, bloß so ein größeres von diesem, was wir schon bekämpft haben. Das Blut eurer Brüder und Schwester gibt mir Kraft. Sterbt. Diese Macht. Ihr könntet über die brennende Hellen herrschen, anstatt einem gefallenen Engel zu dienen. Ich werde sie besser einsetzen. Das Blut eurer Brüder und Schwester. Deine Meinung hat mich jetzt gerade null interessiert. Intelligenz, was höre ich denn damit? Aber gut. Okay. Ach, wobei. Ja doch, ich erkläre mich erstmal kurz, dann gehe ich nochmal hin. Ich will nochmal nach den... Ich will nach den Tagesüchtern einfach mal suchen. Boah shit, das kam so plötzlich, tut mir leid. Oh, ich konnte mich gar nicht so schnell myrten, so schnell ging das. Ja, eben nicht. Ach, ich kann nur noch eine legendäre Axt herstellen, siehste. Der Keil. Ne, doch das. Alles klar. And now. Jetzt checken wir nochmal ab hier. Komm schon, was...